Hallo zusammen, ich bin Lauro beim zweiten Lehrjahr und mache eine Lehre als Keldensystemmonteur bei Meir & Doppler. Ich stelle heute wieder den Beruf des Keldensystemmonteurs vor. Kommt doch mit! Ich habe mich für den Beruf des Keldensystemmonteurs entschieden, weil er sehr abwechslungsreich ist. Man sieht viele verschiedene Orte. Man hat immer wieder andere Leute um sich. Die Arbeiten machen sehr Spass. Sie sind technisch, handwerklich, aber auch kopflastig. Ich habe mich für die Firma Meir & Doppler entschieden, weil du in einem Perl. Die Mitarbeiter haben ein sehr grosses Verständnis und viel Geduld, wenn du etwas nicht begreifst. Man hat sehr viele coole Mitarbeiter und Leute. Bei Problemen kannst du immer Hilfe suchen. Die Schnuppe hat mir sehr gut gefallen und habe mich darauf endlich darauf beworben. Bei Meir & Doppler hast du verschiedene Benefits. Zum Beispiel ein Ski-A-Zahl. Du hast Serviceeinsätze, Spesen, Kosten für das Lehrmittel werden übernommen und du hast regelmässige Lehrlingsausflüge, um den Gruppenzammenhalt zu stärken. Mein Arbeitsalltag ist immer unterschiedlich. Ich bin entweder eine Woche stationiert im Atelier und mache dort Arbeiten wie Löten, Biegen oder Bödel und allgemein Maschinen bauen. Andererseits bin ich aber auch draussen mit den Servicetechnikern und mache dort Aufgaben wie Wartungen, Service an verschiedenen Orten und Maschinen. Sehr viel Spass mache ich immer Teukast. In der Wintertour geht es für Wochen und du bestürmst auch eine Lehrlinge von der ganzen Schweiz durch Kältensystem und dort lernen. Wenn dir der Einblick in den Arbeitsalltag von einem Kältensystem und dort gefallen hat, bewirb dich jetzt wie Meir & Doppler. Und dann geht's. 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 Und... Vielen Dank.